Ach du Scheiße. So eine Kacke. Was ist denn da passiert? Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Ja, da drüben, da hinten. Nein, da hin. Manch jeder würde sagen, das war der Gärtner, aber nee, nee. So, wir kommen zu einer neuen Folge der Testoleros. Keine Ahnung, ob ich im Bild bin. Ich auch nicht. Wir gucken mal. Ja, wir gucken uns das mal an. Was testen wir denn heute? Was hat das letzte Mal? Der Doppelbock. Ganz feine Zeug. Guckt es euch an. Hat Bronze bekommen insgesamt. Ja, aber unser erster Livestream. Genau, unser erster Livestream. Zieht euch das rein. Ja, aber jetzt. Das ist fein. Ja. Aber jetzt, jetzt haben wir hier Wernesgrüner, 1436er. Wir sind da trocken. 1436er. Landbier. Feinste Landbier freut mich auch schon ein bisschen drauf. Ja, das Einzige, wo ich so ein bisschen Bedenken habe, steht unten drin natürlich malzig. Ich hoffe nicht, dass es zu malzig ist. Ich auch nicht. Ich bin crazy. Ja. Ja. Also, 1436 war schon immer ein guter Jahrgang. Und Landbier, Landbier. Also, da bin ich ja immer ein bisschen euphorisch für, wenn es ums Landbier geht. Ich freue mich auch drauf. Ach komm, Silber hier. Ich bin optimistisch. Ja, gut. Okay. So. Wie sieht die Pulle aus? Auspacken oder wegpacken. Genau. Also, das gefällt mir schon besser, wie das Standard-Wernesgrüner, weil das Standard-Wernesgrüner ist mit zugrün. Ja. Das hat die jetzt schon bessere Nuancen hier von Getreide und so weiter. Und hier so ein rotes Warnschild. Warum auch immer. Das ist wahrscheinlich, nicht. Haben sie damals hier an den Briefe und so gemacht, diese mit dem Wachs und so weiter. Achso. Ja. Ansonsten hast du hier so eine kleine Landschaft hier vorne. Etikett hinten auch. Du hast hier nochmal. Ach, das sind das ja wie Bruchsspuren. Hat schon wieder dran genaht, Alter. Ja, versucht aufzumachen, wenn ihr keinen Flaschenöffner gehabt. So. So, was haben wir denn hier? Hinten steht noch was. Ja, warte. Auspacken oder wegpacken noch schnell. Mehr als vier Punkte würde ich nicht hier. Ja, würde ich auch nicht. Aber ich würde es auspacken. So, was steht denn hier? Unsere natürlich malzige Bierspezialität, gebraut mit kristallklarem Quellwasser und ausgewählten Rohstoffen. Verfeinert mit dem aromatischen Elbe-Saale-Hopfen. Oh, der ist ja besonders süß. Ja, das stimmt. Dazu das Können und die Leidenschaft unserer Bierbrauer und die jahrhundertelange Brautradition. Wenn es grüner, uns verbindet mehr. Ja. Vier, acht Prozente Wassergärsten malzopfen. Schauen wir mal. Mal gucken, ob es hilft. Augensucht oder Augenflucht. Ach, machen wir hier mit Thor Summer auf, ja? Naja, ich bin würdig. Den kannst du dir hier unten kaufen und da dem Video in der Beschreibung. Sehr schön. Läuft. Wo läuft es denn hin? Tja, ins Glas. Du kannst dich an dein Main-Glas laufen lassen. Ach, diesmal ein deins. Gut. Ja, ich möchte jetzt aus dem Glas trinken. Ich habe festgestellt, aus dem Glas schmeckt das immer viel besser als aus der Pulle. Also, wir gießen jetzt den 1436er in den 1989er. Gut. Hört sich schon mal gut an. Das geht gut rein. Baut sich auf. Hey. Ja, jetzt bist du dran. Mann, ey. Der versteckt das hier immer. Ja, volle Punktzahl. Ja, sieht richtig gut aus. Ähm, vier vier Farben. Hat einen schönen Schaum, schöne Kohlensäure. Naja, trotzdem vier Punkte. Ist der den nicht steifelt noch, oder was? Der Schaum. Also, ich finde den super. Ja, wir haben ja gelernt, wenn der Schaum am Glas hängen bleibt, dann bedeutet das, dass das Bier von guter Qualität ist. Bleibt hängen. Aber erstmal jetzt nur ums Aussehen. Äh, das ist ja wieder der Experte. Vier Punkte, oder was? Mich interessiert der Geschmack. Ja, vier Punkte, auf jeden Fall. Na gut. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe. Ne, Geschmack. Maximum 15 Punkte. Ah. Ein bisschen abgestanden. Sehr würzig. Prost, Leute. Und das Malzige rieche ich auch, ja. Grüße jeden raus. Ja. Mir fällt eine Summe lang. Schöne Grüße an die Grünen. Das ist mir noch glatt was runtergefallen. Äh, wie früher. Ich glaub, das ist ja früher, du nimmst das hier auch nicht so richtig ernstwillig mit den Klamotten an, Kieke. Wieso? Ey, oberhalb, top. Was unter dem Tisch passiert, ist doch egal, oder? Sieht doch eh keiner. So. Das riecht so, wie es schmeckt. Ich finde, das ist irgendwie so, also erst mal so milder, als man denkt. Und das ist gar nicht so malzig. Na, kommt dann zum Schluss so ein bisschen. Also, die bittere Note, die umschmeichelt so ein bisschen die Zunge, also die merkt man so ein bisschen am Rande. Das ist wie so. Ja. Das ist mild. Das ist würzig. Das Malzige, gebe ich dir recht, kommt am Ende. Also, wenn ich das vergleichen würde, weil das ist ja auch ein Landbier, mit dem Landbier von Münchshof, stinkt das ab. Das Video könnt ihr euch übrigens auch mal ansehen, ist jetzt hier verlinkt. Da gebe ich dir recht, aber das stinkt nicht so dermaßen ab. Also, du hast wirklich, das ist malzige, das würzige hast du drin. Ich finde, es ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen so ein bisschen schwer wiegt. Also, nicht so ein leichtes Bier, so ein bisschen schweres Bier. Bin ich der Meinung. Aber es ist gut, also, ich finde es, es hat schon Charakter. Ja, Charakter hat es, ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt kein Wasserzweig. Da ist schon Geschmack drin. Ja. Aber es ist unser Geschmack. Das ist wieder eins der Biere, wo ich sagen muss, das ist schön. Acht Punkte, schön. Acht Punkte, schön. Neun Punkte, schön. Ja, wollen wir nicht übertreiben. Also, ich werde jetzt nicht morgen in den Laden rennen und mir in den Hofen. Neun Punkte. Neun, ja. Du sagst acht? Ja. Ich würde zehn sagen, also sind wir bei neun. Special Points. Einen Punkt, wo wir gehen, muss ich schon eine ganz andere Aufmachen als das normale Bärnisgrüner. So viel hübscher. Ja. Das war es. Ich weiß jetzt auch nicht, was man da jetzt so großartig nehmen sollte. Da ist das Standardmäßige drauf. Ja, ein Punkt. Da steht ja ja nicht drauf, dass so dicke Frauen nicht trinken dürfen. Da, naja, weil die auf dem Land arbeiten. Auch wenn sie schwanger sind. Dann gebärden sie das Kind. Dann wird das kurz. Das ist Reinhärtsgebot. Ja, natürlich. Das ist ja Bärnisgrüner. Wasser, Gersten, als Hopfen. Das ist ja auch schon. Uwe? Uwe kommt später, hast du noch ein Witz? Wenn und wegen auch über Joe Biden. Der ist mir abhandengekommen. Ach, Joe Biden? Ich hab eben von Olaf Schulz. Ja. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ach gut. Das war der schon. Ja. Also irgendwie ist euch mal aufgefallen. Irgendwie kommt mir der Olaf Scholz vor wie der Mr. Magu. Ach ja, auf jeden Fall. Marina, könnte der Bruder sein. Oder ist der selber? Ja. Das ist ja kein Witz mehr. Das ist jetzt kein Bier. Nein, das war ja ein Witz. Okay, ein Witz. Warum? Warum? Warten. Na ja, Zürich. Warum miet Olaf Scholz nie auf Partys? Weil er schon ohne Tanzen steif ist. Das ist doch keine Chance. Verstehe ich. Nee. Wir können ja... Wir können ja auch spielen wahr oder falsch. Annalena Baerbock macht keine Versprecher. Wahr oder falsch? Mann ey. Na ja. Da gibt es halt ein paar Bierfakten von mir. Fakten, Fakten, Fakten. Ja, Fakten, Fakten. Bier schmeckt besser, wenn es im Kühlschrank war. Bier als Medizin. Im Mittelalter wurde Bier oft als Heilmittel verschrieben. Da es sicherer galt als Wasser, das häufig verunreinigt war. Das stimmt allerdings, ja, davon habe ich auch schon gehört. Das ist aber auch, das wird man ja schon vor noch 100 Jahren in Berlin so. Heutzutage mache ich das auch noch so. Bierkönigin. In Bayern gibt es jährlich gewählte Bierkönigin, die als Botschafterin des Bieres dienen und weltweit für bayerisches Bier werben. So richtig mit Dürnl und so. Machst du auch schon mal eine Bierkönigin? Na, ist lange her. Bier als Währung. Im alten Ägypten, wo du Bier teilweise als Währung verwendest. Zum Beispiel für den Lohn der Pyramidenarbeiter. Mhm. Das ist heute auch schon, auch immer noch so. Das ist ja eine Brauerei, kriegst du ja auch. Also ich sage mal so, teilweise ist das wirklich schon so. Weil heute gerade erst, also ich werde demnächst auch mit Bier entlohnt. Ja, das ist kein Witz für meine Tätigkeit. Eigentlich gang und gäbe. Ja, da wird gefragt, naja, willst du das in Geld haben oder in der Kiste Bier? Hm? Kommt drauf an. Ja, eben drum. Welches Bier, wie viel Geld. Genau, richtig. Wenn die Kiste Bier teurer ist, wie das Geld, was du kriegst, dann nimmt natürlich die Kiste Bier. Ja. Weil gleich viel ist nämlich auch die Kiste Bier. Weil das erst mal da hinfahren, die Kiste Bier zu holen, also kostet mir ja mehr Geld, als die Kiste Bier, die kostet. Naja, aber vielleicht hast du ja selber schon noch eine Kiste Bier zu Hause. Ja, aber wenn nicht. Ja, denn, aber... Ah! Hast du jetzt 10 Uhr gehabt? Ja, jetzt verstehe ich, warum du sagst 9. Oder 8. Ja, jetzt kommt es langsam. Jetzt wird es langsam, jetzt geht die Qualität langsam ein bisschen flöten. Ja, am Ende, am Ende schwächtet ab. Uwe? Tja, was soll man da zu sagen? Das ist ein halber, Uwe. Halber haben wir nicht. Ja, das Bier ist schlechter geworden jetzt mit der Zeit. Komischerweise ist das wirklich jetzt so abgegangen, also die Kohlensäure ist jetzt raus. Wecklipfaktor? Nee. Muss bloß schneller trinken. Kohlensäure ist jetzt raus. Hat 18. Hat so gut aussieht. 2, 6, 15, 16, 17, 18. 18 von 30 Punkten müsste Bronze sein. Oh ja. Ich glaube, ab 19 geht es silberlos. Wir gucken. Ja. Mittelklasse, nichts Besonderes. Nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Wirst du nicht mehr, oder? Ein Bier für gute Kumpel? Genau das Richtige für unerwünschte Gäste. Ach so. Nee, warte mal. Brumse, ne? Unerwünschte wirst du da in der Behausung. Hm. Gut. Ein Bier für gute Kumpel wäre Silber gewesen. Ein Gebräu für gute Kumpel wäre Silber. Gut. Ja. Also, am Anfang war es gut. Das wurde am Ende schwächer, leider Gottes. Naja. Der Ruch ist schlecht. Aussehen ist ja gut. Und jetzt riecht es wie ein Pennerbier. Ja. Es ist leider ein bisschen, ein bisschen die Qualität hat, während das Trinken ist ein bisschen nachgelassen. Auf jeden Fall. Was gibt es als nächstes? Ja, was? Gutes? Für gute Kumpel? Was kredenzt du uns denn als nächstes, Rico? Muss ich gucken. Keller. Ach, du brauchst jetzt auch ab, oder? Ich hole das aus. Ach so. Gut. Ja, hast du Glück gehabt. Upp. Ich habe fast die Treppe runtergefallen. Wir sind noch in die Augen, das Zeug. Ich möchte ja eine Ditte trinken. Das sieht gut aus. Ja, das hat gut. Was leckeres. Alter, was ist denn das? Ja. Oh, das kenne ich. Sieht scharf aus. Das habe ich schon mal getrunken. Hör auf zu lügen. Das ist aber schon eine Weile her. Das war meine Sturm und Drangzeit. Also frag mich nicht nach der Sturm und Drangzeit. Hast du Ötty getrunken? Ja, na und zwischendurch mal Ditte. Ja, was ist das denn jetzt? Das kommt doch von oben, ne? Nee, ich habe es doch aus dem Keller geholt. Ach so. Na dann. So, wie heißt es denn jetzt? Na, viel Anker. Viel Anker, äh, Bilsner. Viel Anker. Viel Anker. Flanker. Also nächstes Mal gibt es Flanker. Unbedingt den Kanal abonnieren. Den Sitter hat nächstes Mal wieder dabei. Wir freuen uns über jeden Like und jeden Kommentar. Ob wir uns in Bedeutung haben. Abonnieren, kommentieren, kaufen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, wenn du nicht fein. Genau. So muss das sein. Rico hat einen kleinen. Vielleicht spielt mir noch was ein. Macht's gut.